Servus meine Lieben, für die meisten von euch ist die Skisaison mittlerweile zu Ende, aber einige von uns haben noch Spaß am Schnee und zwar in den Funparks von Ski Amade. Heute waren wir, bevor der Park zugemacht hat, noch mit unseren Freunden vom slowenischen Skiteam im Blauwinkel. Die Rekord sind hier. Live dabei in Ski-Amade. Live dabei in Ski-Amade.